Musik Es gibt kurze Augenblicke im Leben eines Menschen, die sich für immer einprägen. So auch die wenigen Sekunden unsere geliebte Tochter Stefanie zur Welt kam und ich sie zum ersten Mal in meinen Armen hielt. Als Vater bin ich überglücklich, dass du den Mann an deiner Seite gefunden hast, der meine Tochter zur glücklichsten Frau der Welt macht. Euch wünsche ich in unserem Namen alles Gute auf eurem neuen gemeinsamen Lebensweg. Holzt zueinander. Alles, alles Liebe und Gute wünschen euch! okay that on Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Stefan, ich frage dich, bist du hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit deiner Braut Stefanie den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Willst du deine Frau lieben und achten und dir die Treue halten, alle Tage ihres Lebens? Ja. Stefanie, ich frage dich, bist du hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit deinem Bräutigam Stefan den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Willst du deinen Mann lieben und achten und dir die Treue halten, alle Tage seines Lebens? Ja. Frag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Frag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Möge dir euch gegenseitig stützen und durcheinander mitzulassen. Frag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue im Namen des Vaters. Frag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue im Namen des Vaters. Frag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue im Namen des Vaters. Frag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue im Namen des Vaters. Frag den Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue im Namen des Vaters. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020